Ich beschloss, mich in den Dienst dieser jungen Geschöpfe zu stellen, sie als treue Kinder unserer Kirche und achtenswerte Bürger zu erziehen. Bis heute wissen wir noch nicht, ob Pater Anton auch persönlich mit dem Heiligen Don Bosco zusammentraf. In St. Petersburg hatte die Zahl der unehelichen Kinder einen Rekordwert erreicht. Sein Vater, Josef Maletzky, war Militärattaché am Hof Nikolaus I. In dem Jahr, als Anton geboren wurde, wurden Millionen von Bauern von der Sklaverei befreit. Oft geschah es, dass das Neugeborene in Hauseingängen, in Eisenbahnwaggons oder auf Bahnhöfen ausgesetzt wurde. Ich begriff den Kernpunkt der bolschewistischen Revolution, als ich die Worte Lenins las. Ich bin der persönliche Feind Gottes. Etwa 15 katholische Gemeinden befanden sich zusammengenommen im Stadtzentrum und in der Peripherie. Ich denke, dass für ihn vor allem die Worte von Christus wichtig waren. Der sagte, wer eines dieser Kinder aufnimmt, nimmt mich auf. Die Lehre über die Gesetze Gottes wurde in Schulen verboten, stattdessen wurde auf jede Weise zum Atheismus ermuntert. Erzbischof Derbeni betrat diese Kapelle in seinen bischöflichen Gewändern und setzte sich auf diesen Bischofsstuhl. Ihm gegenüber saß der Bischofskandidat, der Prelat Maletzky. Kinder und Jugendliche wurden belohnt, wenn sie jene, die zur Kirche gingen, denunzierten. Davon waren auch deren Eltern nicht ausgenommen. Ich muss dazu auch sagen, dass es nicht einfach ist, die Tradition von Pater Maletzky fortzusetzen. Pater Anton Maletzky wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, zunächst in der Lubyanka, danach im Moskauer Sakolnyki Zentralgefängnis. Maletzky wohnt in der Rotarmistenstraße Nummer 11, in dem Appartement Nummer 30. Hier befindet sich heute das Theologische Seminar. Im Jahr 1925 verhandelte der Vatikan mit Moskau über das Schicksal der katholischen Kirche in Russland. Hier, an den hohen Flussufern der Angara, kann ich mich mit Gott in vollkommener Abgeschiedenheit unterhalten. Schade nur, dass ich von euch allen so weit entfernt bin und meiner Pfarrei nicht dienen kann, die ich so sehr liebe. Schade nur, dass ich mich mit Gott in vollkommener Abgeschiedenheit unterhalten. Ich bin jetzt nicht einfach. 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 Ich bin jetzt einfach. Ich bin jetzt nicht einfach. Ich bin jetzt einfach. Ich bin jetzt einfach. Ich bin jetzt einfach.